Das Segmentierungsprinzip. Gliedern Sie Ihre Lernmaterialien. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie interessieren sich für ein Thema eines Ihrer Unterrichtsfächer. Sie sind auf eine spannende Internetseite gestoßen, auf der dieses Thema ausführlich dargestellt und bebildert wird und machen sich ans Lesen. Sie beginnen mit der Lektüre, schauen sich außerdem die Bilder an, scrollen herunter, lesen weiter und so fort. Anschließend stellen Sie fest, dass die Informationen zwar genau zu Ihrem Interesse gepasst haben, dass Sie sich aber beinahe keine dieser Informationen merken konnten. Aus Sicht des Arbeitsgedächtnisses liegen die Gründe für diese Erinnerungslücken auf der Hand. Je mehr Informationen in einem Schwung verarbeitet werden sollen, desto weniger Kapazitäten sind vorhanden, um die Informationen aus dem Lernmaterial in Schemata zu überführen und im Langzeitgedächtnis abzulegen. Vor allem bei geringem oder keinem Vorwissen. Zu viel Neues auf einmal kann also schnell zu einer Überlastung durch eine hohe essentielle kognitive Belastung führen. Erraten Sie allerdings nicht von den Lernenden, die Materialien selbst zu segmentieren. Erstellen vielmehr Sie zum Beispiel mehrere kürzere Videos, in denen die Lernenden schrittweise in den Sachverhalt eingeführt werden, bevor die Informationen dieser Segmente miteinander verbunden werden. Innerhalb dieser Videos sollten die Lernenden aber durchaus die Möglichkeit haben, die Segmente in ihrem Tempo durchzuarbeiten, also vor- und rückwärts springen, Sequenzen wiederholen oder pausieren zu können.